Made in Germany. Für uns bedeutet das, langfristige Werte zu schaffen. Mit unserer einzigartigen Kombination aus führender Technologie, Handwerkskunst und hochwertigen Materialien stellen wir feinstes Kochgeschirr her. Seit 1845, um genau zu sein. Mit jeder Rundung, Kante und Oberfläche zelebrieren wir unsere Erfahrung und Leidenschaft. Wir sind stolz darauf, ein Teil der Fissler-Familie zu sein. Viele von uns arbeiten schon seit 30 oder 40 Jahren hier, so wie schon unsere Eltern und Großeltern vor uns. Über Generationen hinweg haben wir unser Wissen ausgebaut und Ideen entwickelt, die zu Fisslers reichem Erbe an Innovationen geführt haben. Alles begann 1845 in Idar-Oberstein und bis heute sind wir tief in dieser Region verwurzelt. Wir kreieren unsere eigenen Werkzeuge und bilden nachfolgende Generationen aus. Wir treiben Innovationen voran, sichern perfekte Qualität und stehen niemals still. Aus unserer Heimat in euer Zuhause. Wir fertigen Premium-Kochgeschirr, um leidenschaftliche Köche auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu begeistern. Und drücken damit unsere Wertschätzung aus für die besten Zutaten. Den Koch und die Menschen, die wir lieben. Fissler. Made in Germany. Seit 1845.